Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trinken, Sterben, Verrecken oder mal was anderes, alles auf einmal bei Don't Starve. Ich erkunde gerade eine Insel und festgestellt, hier ist ja doch noch was. Nee, hier ist so Dingensbiom so. Hier, Biom halt. Ich hab Biom gefunden. Ah, Muscheln, das ist gut. Ich bin einfach so hier. Ich bin nicht mit, das ist gut für die Gesundheit. Äh, schon. Oh Mann, diese Moskitos, ey. Bitte, nicht. Ah, Muscheln finde ich gut. Gut vom Kopf. Ich weiß nicht, wenn die auf mich drauf geht, muss ich sofort das hier anziehen. Ja. Ich hab fast das Gefühl gehabt, ich hab grad Schlangen gehört, aber... Wie es aussieht, ist alles in Ordnung. Mehr Muscheln? Ich will keine Muscheln verpassen. Sehr gut. Dann können wir uns nämlich bald wieder einen neuen Muschelsuit machen. Aber es wird vielleicht dunkel. Wir sollten dann bereit sein, aufs Boot zurückzukehren oder so. Guck mal um, guck mal Muscheln. Da sind noch Muscheln. Da sind mal Groven. Ja, ist auch nett. Mangroves. Wir haben ein bisschen Respekt gerade vor der Uhrzeit wieder. Lass das dann mal fallen und mach schon mal wieder eine Fackel. Wobei, wir kommen hier drauf. Gerade rechtzeitig. Und schalten das einfach mal schon schnell ein. Da können wir ein bisschen Gras sammeln nebenbei. Auch große Mangroven, ne? Gut, die hatten wir ja auch nicht abgeerntet, ne? Ich bin ja immer noch auf der Suche nach... ...ähm... ...diesem Chester-Ersatz. Die sollen ja angeblich auf solchen Inseln zu finden sein. Heilige. Vielleicht werden wir gleich vom Blitz getroffen und fangen an zu fackeln, oder so war's dann. Die sollen ja irgendwie auf solchen Inseln zu finden sein. Aber so wirklich... Oh, was geht das? Gesehen hab ich da fast jetzt noch nix, ne? Wollen wir doch überhaupt raus? Jo, läuft. Wieder ein Lobster. Also so langweilig war die Insel dann doch nicht. Guck mal gerade, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Weiß nicht, was mir alles angezeigt wird auf der Minimap. Okay. Dann fahr die jetzt einfach mal. Dann können wir doch mal lang klatschen. Ich nehm mit, dass ich vielleicht filmen kann. Holy shit, das hält auch nicht mehr... Ah! Lange. Aber die Nächte sind nicht mehr so lang. 54 Tage schon. Ich warte jetzt. Wird bestimmt gleich Tag. Oder so. Ich war Abby. Kriegen wir hin. Hab ich noch was zu trinken? Oh ja. Ja, das ist eine Sims 4-Tasse. Da ist jetzt die Hälfte von meinem Lippenstift dran. Es sah so komisch aus in der Webcam so ohne Lippenstift. Ich hab zwar auch so recht rote Lippen, aber... Wow! Crapparoni! Aber in so schwarz-weiß ist es doch besser, wenn man dann so roten Lippenstift vielleicht nimmt. Ich guck grad mal, ob hier irgendwie was am Rand ist, was man... Ich weiß aber auch nicht, wie das aussieht, was man finden muss, um den zu kriegen. Von daher... Was sollen wir ihn sowieso schenken. Na gut, ehe unser Boot kaputt geht... ...verpullern wir uns dann wohl mal. Das ist gut hier. Nette Gegend. Gucken wir mal hier unten lang. Endlich mal sind die Wellen mit uns. Das haben wir auch noch nicht ganz erkundet. Ja gut, dann können wir da auch noch mal hingehen. Ähm... Ähm... Hier gibt's auch noch mal Muscheln. Die sind richtig nice. Kann die Saison bitte bald vorbei sein, ey. Das ist richtig übel. Macht keinen Spaß. Also es macht schon Spaß, klar. Wegen der Herausforderung alles. Klar. Aber ich meine... Ihr wisst, was ich meine. Also es ist anstrengend. Sagen die es doch einfach, wie sie es ist anstrengend. Diese Moskitos, ey. Diese Geräusche an jeder Ecke. Ja, ja. Deine Mutter. So. Ach Mensch. Ah, ist es voll. Das ist ja gut. Aber das ist hier auch nichts Spannendes mehr. Ich habe auch kein Gras mehr. Wir brauchen gerne wieder hier drauf gehen. Wir drauf gehen. Wir gehen da sowieso irgendwann. Ja, ein Boat Repair Kit. Äh... Das war das Teure an dem Boat Repair Kit. Oh, hier bin ich. Und das ist wieder ergriffen. Ja. Was war das Teure an den Dingern? Ah, nix. Holz. Das können wir auch nicht teuer nennen. Gucken wir mal, ob es da unten auch foggy wird. Ich bin einfach mal zufällig. Wo ist das Land? Ja, du bist ja viel geiler. Ich will nicht haben. Ähm. Nein, 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 nein. Row, row, row your boat gently down the stream. Cargoboat, Cargoboat. Da ist das Zeug drin. Bauche. Wo ist's? Segel. Verschwindet. Ey, gut. Oh Gott. Da brauche ich aber viel von. Ich verpullere mich jetzt. Hab besseres Boot gefunden. Wow. Das hat ja richtig Platz. Da können die ja richtig Sachen mitnehmen hier. So, das können die da reinpocken. Oh, ich hau hier mal ab. Ja, leck mich. Ja, ne? Steht jetzt da. Das wär gut hier. Da ist jemand verrückt. Du wirst dumm, ist aber auch. Ich muss mich mal gerade hier ein bisschen um. Äh. Das ist aber eine große Insel, du. Wow. Größte Insel von Welt. Mann, ewig nicht mehr. So eine große Insel gesehen. Mmh. So, jetzt hätte ich euch mal von Haien verfolgt, ne? Ja, komm, mach. Mach, hab ich kein Problem mit. Wir brauchen bald wieder ein neues Segel. Oh, das war eine Insel. Ja, mach doch. Bla, 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 bla. Ist ja süß. Das ist eine winzige Pupsinsel. Warum sind das alles so Pupsinseln? Lacht er sich da auch noch ein kaputt? Ja, tötet die Qualle. Nein! Nein! So viele kann ich nicht tragen. Hier. Was ist denn das für eine komische Insel überhaupt? Da wird die Quallen wegrockt. Verfolg mich doch. Ne, der hat Spaß mit den Dingern da. Alles gut. Merken, hier unten sind also böse Haie? Oder ich hab die getriggert, weil ich dieses Cargo-Boat gefunden hab. Ich find's einfach großartig, dass ich ein Cargo-Boat gefunden hab. Die soll mal ausrüsten hier. Ich geh weiter nach unten. Hier sind schon mal mehr Inseln oder so. Mehr Haie vielleicht. Weil die ist so keine... Ah. Eine Insel, eine Insel. Eine Insel. Nice. Gold und all so'n Kram. Wenn man braucht, ne? Bringt mir jetzt grad nicht so viel. Ich hab nicht genügend Platz hier. Ich muss... Ach, ich geh ins Boot. Ach, Mann! Anja, fucking heck, gespawnt. So'n Scheißteil. Du kannst mal meine Muscheln, meine Pupu, meinen Schlangen-Skin haben. Ich rüste dann das bitte mal aus. Gehe rüber. Hol mir Stuff. Oh, ich hab... Ich hab... Oh, shit. Ich hab keinen coolen Piratenhut mehr, der mir meine... Ich muss ja noch mehr Muscheln sammeln, wenn wir können, unterwegs. Nee. Nee. Bitch. Stechi, stechi. Bitch, bitch. Oh, Gott. Aber es sind Muscheln. Weißt du was, übrigens, gerade, weil... Äh, muss die Insel erkunden. Die Insel erkunden. Ich will die Insel erkunden. Ich hab immer noch die Hoffnung, ich finde irgendwas voll Spektakuläres. Das wird nicht passieren. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Ich glaub, ich verbring die Nacht mal hier am Lagerfeuer. Koche meinen Limpet und esse den. Interessant, interessant, wo wir uns hier gerade befinden. Ähm... Wir sollten dann zusehen, dass wir... Nicht nur trocken werden, sondern... Äh, Holz holen. Vielleicht kann man irgendeine... Nee. 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 Boah, nee. Ich hab das zwar immer dabei, aber... Ich muss ja dann erstmal das Zeug bekommen, was ich brauche, um das herzustellen. Aber vorher machen sollen, ne? Mal früher dran denken sollen, ich intelligenter Mensch. Ja gut, ist leicht zu bekommen. Ich kann aber gerne da unten drin rumsusseln. Also ich sollte auf jeden Fall dieses Seashell-Zeug sofort aktiv haben, wenn es sein muss. Wie spät haben wir es eigentlich inzwischen? Ach, geht. Äh, früh meinte ich natürlich. Ja, ich will spät aufhören. Geht's weg! Verschwender! Pass auf, sonst platzt dir wieder deinen Sack! Wissliches Sackgesicht! Höfe steht hier, weil sie dir wie sie... Oh, ich muss nicht zu nahe! Kann sich der Tag werden, bitte? Ich will ja weg! Dankeschön. Nein! Mehr davon! Ja, kann eben. Lüb, lüb, lüb! Ja, ja, ich werde jetzt hier ein bisschen nass, aber da kann ich erstmal die tonnenweise Zeug sammeln. Das ist ja nicht so schlimm. Okay. Kein Problem mit. Okay, nimm das... Kein Problem mit. Okay, was hast du da... Ach, guck mal, das wurde ein Potato. Hm. Ja, mit dem kann ich jetzt auch nicht so viel anfangen. Das ist hier Don't Starve und nicht Guild Wars. Da sieht er sich bestimmt zwar auch Westens mit aus. Schön, süße. Ich habe halt einfach immer noch die Hoffnung, ich finde hier so eine Tester-Variante, aber wahrscheinlich habe ich die schon längst gefunden und finde die deswegen nicht wieder. Also, ähm, sehe die ja nur so. Gold ist auch eine schöne Ressource. Essen bräuchten wir halt mal wieder. Ja, ich weiß, die ist voll feucht und so. Kann man nicht ruhen, wir gehen ja gleich wieder ins Boot. Komm, wir gehen jetzt hier noch das damit. Dann gehen wir wieder ins Boot. Das Boot ja mal aufziehen gleich. Der hilft, glaube ich, auch irgendwie wieder zutrocknen. So. Äh, drauf da. Ein paar von den Münzen mussten wir droppen lassen, leider. Ah, das geht ganz schnell. Das ist sehr gut. Ähm, hier. Unbedingt Seegras mitnehmen. Die Wellen sind ja schon wieder gegen uns. Was willst du denn? Möchte ich das? Ne, möchte ich, glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin dagegen. Ich habe auch Fleisch dabei, das ist gut. Habe ich gar nicht gesehen, das wird nicht richtig aufgefallen. Ach ja, und ich kann mir dann doch eventuell so die Gegengiftzeuge herstellen. Das ist gut. Das ist gut. Schiffen wir das mal, um Schiffen, hä? Versteht ihr, weil wir das... Wow. Crap. Ich lasse mir ein paar Sachen über Bord gehen. Schönes Cargo-Boot. Hui, serve up. Oh, da sieht ja wieder der Phoenix. Hallo. Na, ihr seht's? Uh. Wuhuuu. Ne, Gitarre. Swing Kit. Weiß ich nicht, wie man was damit machen kann, aber ich nehme jetzt mal Sachen mit. Muss man irgendwas? Das können wir nötig als mal weglassen und das soll es immer mitnehmen. Na, ihr? Erwartet ihr was Besonderes? Kann ich die füttern? Wahrscheinlich kann ich die mit Fisch füttern oder sowas. Cool. Das ist eine Lifejacket. Was genau macht die? Kann das nicht so... Nein. Nein. Überlegen, ob ich das hier da reinpacken kann, aber ich kann jetzt mal ausziehen. So ein Lifejacket rettet mir das Life. Ha! Versteht ihr? Irgendwann. Ja, gut. Wieder mal weit draußen, auf hoher See. Dann ist hier noch eine Mangroven gedöhnt. Gras kann ich nicht mehr sammeln. Unter den Mangroven ist immer gut, weil man außerhalb des Wassers ist. Mag mein Charakter immer, mal kurz außerhalb des Wassers und sowas Bescheid. Dann haben wir hier einen Dschungel, das ist auch gut. Mal vielleicht heute Nacht bleiben. Vielleicht sogar die Ecke hier oben, weil da sind noch Fairies. Irgendwo in der trockene Ecke, hier ist eine trockene Ecke. Toll. Das sind sehr große, böse Spinnen. Ich bin nötig mit Holz. Ähm. Hi. Oh, mal den Kleinen da, bitte. Hallo. Kann ich mir auf die Ecke da oben vielleicht... Ja, bitte. Ich muss ja was... Ich muss was kochen halt, deswegen... Alter... Was geht denn... Ja, das ist halt da... Ach, das ist eine Böse. Oh, tschüss! Ich würde gern was essen, aber nicht... Oh, dann eben nicht. Na klar. Vergifte mich einfach. Hallo, was soll denn das jetzt? Ey. Was geht bei denen? Was esse ich jetzt? Das ist Seelgras, oder was? Geh mal bloß weg, ihr Lappen. Nein! Du vergifst es mich jetzt nicht auch noch. Echt andere Sorgen, ey. Geh da drauf. Oh Gott. Ähm, schneller. Ist das so glitschig geworden, ja? Mein Holz! Ich hasse die Natur. Ah! Toll, kann ich doch hier die Nacht auf dem Boot verbringen und von mich hin hungern. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Don't Starve Shipwreck, wenn wir anscheinend verrecken oder verhungern oder dauernd voll sterben werden. Und ich sollte mal dringend meinen Schirm auspacken, wo ist er denn? Danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren, danke fürs Bewerten. Bye!